Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Adventure mit, 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 äh, Mani LP und diesem, diesem Lord Toad LP und wir spielen immer noch 2-4-1. Kennst beide nicht, hört sich scheiße an. Ja, das ist auch nicht zu empfehlen. Ähm, wir spielen 2-4-1 und, äh, heute, ich versuche jetzt mal den ganzen Part nicht mit Dialekt zu reden. Sollen wir das mal versuchen? Ja, wir versuchen, wir versuchen, komm, wir versuchen. Das ist jetzt mal unsere Challenge für den heutigen Part, nicht mit Dialekt reden. So, ja, aber irgendwie verstehe ich das hier nicht. Es passiert auch nichts mehr, ne? Ah, jetzt habe ich ein Haar im Auge hier. So, du redest jetzt am besten gar nicht mehr, ne? Ich merke schon. Ne, wenn ich jetzt rede, dann, dann ist es jetzt nicht gut. So, dann gehst du mal da rein. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier rüber laufe? I feel you. Jetzt geh mal bitte hier in das, in das Löchlein. Aber es passiert doch. Ja, geh mal rein. Ne, passiert. Aber, 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 irgendeinen Code müssen wir doch bestimmt eingeben, weißt du, was, wenn ich hier drauf gehe, geht's aus. Wenn ich hier drauf gehe, geht's nicht, geht's aus. Okay. Bin ich da drauf getreten? Ja, ich glaube auch. Aber ich höre nur massenhaft Pistons. Oh, scheiße. Boah. Ja, ich bin drauf, oder? Ja. Ach, das gibt's ja nicht. Danke. Bitte. Bin ich schon wieder? Ja. Boah, jetzt mach du. Okay. So. So ist noch, ne, doch jetzt, 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 jetzt. Ja, okay. Ich bin drauf getreten. Okay. Nein, das, das schafft man. Bin ich? Ne. Doch. Hä? Hä? Oh, wir sind zu schnell für das Ganze, glaube ich. Guck mal, der wechselt jetzt hier die ganze Zeit, wie er will. Flipp. Flipp. Ja. Geben wir ihm ein bisschen Zeit, ne? Geh mal rein hier. Tü, tü, tü. Du, das verstehe ich jetzt nicht. Ist das, jetzt ist, jetzt ist es, jetzt ist es drauf. Jetzt geht das. Jetzt geht es. Aber jetzt ist es drauf. Fuck. Du, ich verstehe das jetzt, aber nicht wirklich. Ja, pass mal auf. Dann gehen wir, ja, ja. So, jetzt lassen wir, jetzt lassen wir ihm mal kurz ein bisschen Zeit. Jetzt ist er nämlich, wechselt er jetzt wieder hier 13 Mal. Tatsächlich. Ah, vielleicht, das ist, glaube ich, der Code. Ah, wie wir draufsteigen müssen, einmal links, einmal rechts. Ne, aber das ist auch, das ist auch, ne, das ist aber auch zu viel, wie oft der das hin und her macht. Ach so, warte. Ah, ich verstehe. Geh mal auf die Druckplatte wieder. So, pass auf, warte. Jetzt sind beide aus. So, grün heißt, wir dürfen gehen. Das ist so ein Stop and Go Spiel, weißt du? Jetzt gehen. Ja, warte mal, warte, warte noch. Jetzt gehen. Jetzt gehen. Jetzt gehen. Jetzt gehen. Jetzt gehen. Das sollte jetzt geklappt haben, du. Wenn das jetzt klappt. Yay! Virtueller High Five! Halt nicht! Machen wir es hier. Hier. Ja, toller High Five. In die Fresse. So, Checkpoint. So, ist dir wieder was? Äh, Cake in the Punk. Schon wieder. Rolf, ich muss dir was erzählen. Oh nein. Ich glaube, ich schaffe das nicht, normal zu reden. Ich merke schon. Oh! Durch mich durch. Ich kann es nicht aufhalten. Es tut mir so leid. Oh, jo, ho. Es tut mir so leid für die Leute, die das furchtbar finden. Pech. Oh, did you get in here? Never mind. It doesn't really matter at all. Please don't make any attempt to get... Ach, komm. Bitte lass mich lesen. Okay. To get through the roof. There is no way out there. Geil. Eins, zwei, sieben. Ja, gucke mal. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich kann hier hoch. Was ist das? Ich hab den Cake-Raum aufgemacht. Kann das sein? Nee. Oh, Lava. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hab hier Wasser angemacht. Kann das sein? Ist das richtig? Was passiert hier? Ah. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Drück mal das Knöpfchen hier, bitte. Doch, ich verstehe wohl. Aber warte mal. Hier ist hier unten nichts noch. Ach so. Ich glaub, wir müssen so einen Obsidian-Turm bauen. Mach mal, du Lava. Mach mal, drück mal in die Gedanken, ganze Zeit Lava, dass die Lava unten ist. Ja. Jetzt mach ich statt einmal hoch und einmal runter und einmal hoch und einmal runter. Das sieht gut aus. Ja. Oh, nee. Weiter drücken, weiter drücken. Muss schon runterkommen, ne? Ja, bombastisch. Vielleicht nein. Ich hab mir gedacht, ich spare ein bisschen Lava. Ja, ich glaub, wir haben da ganz schön viel von, du. So circa unendlich. Ja. Das glaub ich auch. So, und wie lange müssen wir da den Gang... Ah. So lange müssen wir den Scheiß also machen. Hallo. Das... 20. 20. Das Ganze soll 8 Stunden gehen. 8 Stunden! Ja, mal. Hat er gesagt. Sind wir erst beim... Beim wievielten sind wir denn? Hier beim 20. Moment, ich geh mal hier kurz, äh... Ich glaub, es gab 20, oder? Hab ich das jetzt komisch im Kopf? Ich bin mir da nicht sicher. Ich geh mal jetzt in die Jugel rein. Moment, wie heißt die Map-Nummer? Nee, warte, du brauchst nicht in die Jugel gehen. Steht das in so einer Text-File? Ja, das steht in so einer Text-File. Ach, warte. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich der Text-File hab, ne? Da müsste da drin sein. Pass auf. Ich hoffe, das nimmt jetzt hier alles auf. So. Ich guck hier da. 32. 32. Gehen wir aber schnell weiter. Ah, nee, wir müssen erst lesen. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Are you good at playing an instrument? Probably not. You are just two brainless subjects. Woher weiß er das? Spielst du ein Instrument? Nein. Ah, Mann. Okay, jetzt mach ich mal mit Musik bei mir aus, kurz, so. Was ist das? Gehen wir mal zusammen rein. Ach, wir müssen jetzt die Reihenfolge bestimmt merken. Geh mal da rein, bitte. Ach du Kacke, das merke ich mir doch nicht. I'm not going to tell you why this sign is here. Okay, warte. Wir merken uns mal kurz, wo was ist. Ähm. Ja, wie schreiben wir uns das denn auf? Das sagt Rot. Um. Warte, also erst kommt Ping. Dann kommt Bumm. Dann kommt Pang. Und dann Klack. Und dann Klack zwei. Warte, das ist jetzt der Unterschied zwischen... Geht das hier, Moment, ich muss mal hier kurz was gucken. Geht das hier? Ja, das geht. So, jetzt hören wir uns das mal an. Und zwar ist das... Geh rein. Ach so, ja, stimmt. Bumm war ganz am Ende. Ja. Moment, mach mal das nochmal. Du musst raus. Ich glaube, du. Nein, das kann ja nicht sein. Ah, jetzt. Also, Klack kommt auf jeden Fall als erstes. Okay, Moment. Das müsste, dann müsste es dann... Warte, ich... Nee, 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 das mache ich. Guck dir. Brenne Strich. Also, als erstes kommt der Klack. Ja, als erstes kommt der Klack. Und der Klack ist bei uns der Nummer... Daddy Statter. Müsste jetzt sein, ne? Nee, ist der falsche Klack. Das ist Klack zwei, ne? Nee, lass mal das voll machen hier. Es müsste... Warte, geh nochmal rein. Es ist Klack. Ja, das ist der... Das ist das Erste, auf jeden Fall. Nee, das war doch Klack zwei hier, hör mal. Ja, das ist hier Klack zwei. Ja, das ist der Klack zwei. Also, als erstes kommt Klack, dann Klack zwei. Nee, 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 nee. Erst kommt Klack zwei. Als erstes kommt Klack zwei? Ja, ja, guck mal. Geh nochmal rauf, geh nochmal rauf. Wir hören jetzt nur den ersten Ton. Wir hören jetzt nur den ersten Ton. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine schon. Nee. Moment mal. Nee, das war der Erste. Du hast recht, tatsächlich. Also, erst kommt Klack. Dann müsste Klack zwei kommen, aber wir hören lieber nochmal. Ja. Dann kam Ping. Dann kommt... Ja, so müsste das. So müsste das richtig sein. Dick. Tak. Duk. Ich versuche mal reinzugehen. Ich weiß nicht, wann er resettet. Tak. Guck mal das an. Können wir wieder Musik anmachen? Ja, wunderbar. Das war ja super. Ja, wunderbärchen. So. Das hat ja gut geklappt. Steht da wieder was? Nein. Wir lesen. Wir vergessen ganz viele Cake Rooms, glaube ich. Egal. Nein. Was machst du denn hier? Nee. Huch, was ist das? Ach. Ach. Ja, sag mal. Was macht denn das? Ja, das macht den Sand da raus. Wo? Ja, der aus der Wand. Aus der Wand? Ja, gucke mal. Wir können uns jetzt hier einen Raum bauen. Eine Brücke bauen. Ja, das ist ja der Burner. Ja, jetzt geh mal auf den Hebel. Und drück den mal immer auf und zu. Dass wir uns jetzt hier den Weg rüber bauen. Nee, langsam. Der muss ja auch Zeit zum... Nachdenken. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Glaube ich. Das sieht aber ja ein Siehut aus. Komm, synchron. Hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Sieht ein bisschen zweitötiger aus. Und hoch und runter. Boah, ist so langweilig so. Und jetzt sind wir synchron. Reicht. Ja, das reicht jetzt tatsächlich. Nee. Über uns ist eine Decke. Das geht deswegen nicht. So, das geht aber jetzt. Komm mal. Globster. Nee, klappt nicht. Jetzt klappt das aber ganz sicher. Ganz, ganz sicher geht das jetzt. Ja, jucke mal an. Endlich. Das war so klar. Das war so klar. Ach, Mann. 22. Vielleicht schaffen wir das ja noch ganz fertig hier. Das wäre ja brillant. You have to play with your teammate. Ja. Ne? Welches teammate? His brain, his brain, his brain, but he's brainless, so make sure that you kill him. Nein, 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 nein. Hop, 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 hop. Ich hab doch ein Brain. Ja, nein. Ja, blöd. Nein. Beide gleichzeitig. Ich glaub's nicht. Geil. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt komm rein da. Also bitte. Ach, nee, warte. Pass auf. Wir warten jetzt, bis das Feuer aus ist und machen im nächsten Part weiter. Ah, jo. Mit Money, LP und... Äh, der Testsubjekt. Das ist auch echt niemals, meinen Namen zu sagen. Einmal. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von 241. Tschüss. Tschüss.